Vielen, vielen Dank, du bist mein Stern. Oh, jetzt krieg ich noch so was Schönes geschenkt mit. Das ist ja wirklich Wahnsinn, das ist ja schon wirklich wie Weihnachten hier. Mein Stern, ich knutze dich dann später, okay? Das kommt hier hinten hin. Das ist ja wild, unter dem Weihnachtsbaum bestimmt so ganz schön schwer, was du mir geschenkt hast hier. Was wird das wohl sein? Bestimmt Schnaps, oder Wein sogar? Mensch, Spaß beiseite. Nee, nee, wir hängen das alles auf bis Heiligabend. So gefällt dich. Unter dem Weihnachtsbaum, ich mit Schlafanzug, mein Papa hoffentlich nicht in meinem Pullover. Wir warten alle mal ab, ha? Liebe Gäste, so ganz, ganz langsam komme ich zum Ende meines Programms. Mir hat es einen riesengroßen Spaß gemacht. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, einige zittern so ein bisschen von euch, wenn ihr gemeinsam mit mir mein erstes Lied von damals, 1985, da hat nämlich alles angefangen mit meinem Lied. Es brennt wie Feuer! Kennt ihr das wirklich? Ja, wirklich? Ja, wirklich? Ja, Mensch, so alt bist du schon. 1985, wie die Zeit vergeht, ha? Ich habe jetzt erst heute Morgen mein erstes graues Haar entdeckt. Guck mal, siehst du, dass hier mein Liebermann meinen Weihnachtsflug angesetzt. Liebe Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr bei meinem Finale gemeinsam mit mir singt. Es brennt wie Feuer! Hey, macht ihr mit?